Working Hand in Hand PEEK, der Premium-Sponsor der Ligien Liebe Fans, gemeinsam sind wir stark und können mit PEEK den Happy Kids e.V. unterstützen. Macht mit und informiert euch jetzt, wie ihr helfen könnt. Euer Gianluca Eidorn Hallo, ich bin der Uwe vom Projekt Happy Kids. Wir kümmern uns um lebensverkürzt erkrankte und vernachlässigte Kinder. Zum Beispiel sind da immer die krebserkrankten Kinder. Ich selbst war auch Betroffener gewesen und habe jetzt hier die Chance, ein bisschen was zurückzugeben. Um das ein bisschen plastischer zu machen, was wir denn im Detail jetzt machen, wir erfüllen auch für diese schwersterkrankten Kinder auch Wünsche. Zum Beispiel hatten wir mal ein Kind, das wollte nochmal den Zirkus besuchen. Da haben wir einen kleinen Zirkus in Frankfurt gefunden, einen familiären, der das angeboten hat. Die wären auch zu dem Kind nach Hause gekommen, wenn es notwendig gewesen wäre. Und wir haben das innerhalb kürzester Zeit ermöglicht. Und ja, das Kind hat den Zirkus besucht, hatte da noch sehr viel Spaß dabei, aber ist dann leider 24, 48 Stunden später verstorben. Wir finanzieren uns rein aus Spenden und deswegen möchte ich euch dazu animieren. Sowohl Darmstädter als auch Kölner Fans, spendet bitte für unser Projekt. Es ist sehr gut investiert. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei PIK bedanken, dass sie uns die Möglichkeit geben, unsere Idee hier auf dem Hof eine Kindertierwohlfühloase für lebensverkürzt erkrankte Kinder zu schaffen oder um einfach Kindern die Möglichkeit zu geben, einfach eine Auszeit zu bekommen von ihrem Krankenhausalltag oder sogar den Zugang zu den Kindern zu finden, die traumatisiert sind. Beim Spiel der 98er gegen den 1. FC Köln dürfen wir sammeln gehen und wir hoffen auf ganz viele Spenden und auf Interesse von Ihnen auch mal hier vorbeizukommen, um den Hof zu sehen und die Arbeit zu sehen. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal!